Es wird fucking oft zugeschweißt, ja? Die, ähm, Stelle wird einfach zugeschweißt! Wie er das gesagt hat, so, ja, ich saß auf dem Stuhl und er haut so raus, ja, müssen wir schweißen! Ey, Leute, was geht? Boi, schießt wieder, back am Start, hier für euch! Und ja, ihr habt richtig gelesen! Absolut richtig! Ihr habt euch nicht verlesen, ich hab mich nicht verschrieben und es ist kein Clickbait-Titel, ja? Leute, ihr werdet das zwar nicht glauben, ihr werdet sagen, Digga, wie ist sowas möglich? Aber ich hab wahrscheinlich das Unmögliche möglich gemacht! Ich hab einfach absolut Nasenbluten des Grauens bekommen und musste vegan-chittern quasi zum HNO-Arzt, zum Hals-Nasen-Ohr-Arzt! Leute, ich konnte es selber nicht fassen, ja? Ich war absolut confused, wo es passiert ist, ja? Oh mein Gott, ich war so verwirrt, ich hab mir gedacht, Digga, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Leute, das kann doch nicht am Jittern liegen, oder? Ja, hab falsch gedacht, es lag am Jittern! Und ja, ich natürlich erstmal so, ja, meine ganz gediegenen Runden auf Timolia geschwitzt, wie es sich natürlich gehört, ähm, da natürlich Jitter-Action am Start, weißt du? Zitterall muss natürlich da sein, sonst geht gar nichts, Alter! Was der macht, ist natürlich nicht so, ähm... Digga, ich hab Rüstung, Digga, was willst du machen, Bro? Gar kein Thema, Digga! Oh mein Gott, nice, wir haben... Ja, ich... Wisst ihr, wenn ich Jitter, Alter, dann ist es nicht so, weiß, mit Kirschen essen, sondern ich geh schon... Ich geh schon richtig auf Krampf rein. Da ist dann Schluss mit lustig. Da sind dann die 16 CPS konstant am Start, Alter. Aber, natürlich, beim ersten Mal Nasenbluten wegen dem Jittern, hab ich mir natürlich nichts gedacht. Und by the way, Leute, ähm, bei euch wird es wahrscheinlich nicht so sein, oder so krass sein, wie bei mir. Denn ich hab, ähm, ähm, in der Nase eine Reizader, das heißt, wenn die mal blutet, dann ist natürlich Schluss mit lustig, Alter. Dann hört es fast gar nicht mehr auf. Die Reizader kann eigentlich überall vorkommen. Ähm, ich natürlich, ich... Peachco hab's natürlich in der Nase. Und es hat für mich keine Vorteile, dass ich besser rieche oder so. Nein, natürlich absolut nur Nachteile. Ich weiß, vielleicht hat es sogar Vorteile. Ich glaub aber nicht. Ähm, zumindest sind mir noch keine aufgefallen. Und ohne Mist... Ich war schon so oft beim Öden und mittlerweile hab ich absolut keinen Bock mehr. Am Anfang waren es nur so ein paar wenige Stiche, wo man sich echt gedacht hat, yo, Alter, nicht so schlimm. Aber jetzt hat bei fucking elf Stichen und der elfte Stich, Alter, der war so absolut in die Reizader rein. Da wär ich fast gestorben, ohne Mist. Bei diesem Stich, Alter, da hab ich so hart, ähm... Bro, das hat sich angefühlt wie ein Messerstich. Das hat wie als... Wisst ihr, ich saß da so dran, so ganz gechillt. Er so, ja, jetzt kommt der letzte Stich. Ich so, endlich! Und dann auf einmal macht's so... Und ich so... Und dann war es vorbei. War es vorbei mit meinem Leben, Alter. Da... Absolut, ohne Mist... Vielleicht bin ich an der Stelle jetzt ein bisschen eine Pussy oder übertreibt. Aber ich fand's wirklich... Ich fand's die Hölle, ja. Ich fand's absolut die Hölle. Und ich... Ich wünsch solche Schmerzen absolut... Und ihr müsst wissen, bei mir war das Problem, meine Nase hat so hart geblutet, wo er mir diese Narkose gegeben hat, ähm... Dass, äh... Ja... Sagen wir mal, er nicht die volle Dosis an Narkose geben konnte. Und... Es wird fucking oft zugeschweißt, ja. Die, ähm... Stelle wird einfach zugeschweißt! Wie er das gesagt hat, so... Ja, ich saß auf dem Stuhl und er haut so raus. Ja, müssen wir schweißen. Digga, ich hab absolut... Ohne Mist, Mann. Ich hab so hart Arschwasser bekommen an der Stelle, ne. Wenn ich jetzt noch sterbe, dann... Ah... Grüße gehen auf jeden Fall raus. An dich, TryPoichi. Falls Leute nicht checken. Nein, ich bin nicht gebannt. Ich hab einen, ähm... Account von einem Kollegen bekommen. Und natürlich der sexieste Nick of the University, Alter. Danke dafür, der Hendrik. Was natürlich auch stimmt. Denn... Ich werd so hart getargetet. Das ist nicht mehr normal. Ähm... Aber Leute, ich bin euch nicht böse, weil ich glaub... Wer... Wer ich an eurer Stelle... Ja, ich würd genauso hart reintargeten. Bin euch absolut nicht böse. Aber Leute, ohne Mist. So ne... So ne scheiß Reizader in der Nase ist natürlich echt absolut unsexy. Und er stirbt natürlich. Ähm... Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann... Ja, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Ein Like für meine Nase, würd ich sagen. An der Stelle haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und... So's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.